In 1. Timotheus 2,5 steht ja, dass der Herr Jesus Christus der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch sei. Eine solche oberflächliche Lektüre von 1. Timotheus 2,5 scheint zunächst einmal zu sagen, dass Christen sich gegenseitig keine Gnade vermitteln könnten, beziehungsweise dass die Interzession von Heiligen und damit auch die Marienverehrung der katholischen Kirche vom Tisch sei. Protestanten argumentieren gerne, wenn Jesus unser einziger Vermittler ist, dann vermittelt Christus allein die Gnade. Indem die katholische Kirche sagt, dass auch Maria oder Heilige dies könnten, leugnen Katholiken das und usurpieren die einzigartige Rolle Christi als Vermittler. Das sei Blasphemie. Was lässt sich dazu nun aus katholischer Sicht sagen? Nun, die katholische Kirche erkennt tatsächlich an, dass Christus der einzige und absolut einzigartige Vermittler ist, der uns allein im engeren Sinne mit dem Vater versöhnen kann. Die Inkarnation entspricht der Vermittlung in der Reihenfolge des Seins und die Erlösung, also die Versorgung der Sünde und die Verleihung der Gnade ist genau das, was das meint. Und das ist unübertragbar. Niemand aber ist vereint in Göttlichkeit ohne den Herrn Jesus Christus. Aber es gibt tatsächlich kleinere und untergeordnete Vermittler, die nicht ausgeschlossen sind. Die Frage ist, welchem Zweck sie dienen und in welchem Sinne sie vermitteln. Sie können der Sache der Vermittlung auf die einzige Weise helfen, dass Menschen oder Geschöpfe zur Heilsarbeit beitragen können, nämlich durch ihre bereitwillige Reaktion auf die Gnade, entweder sich selbst oder andere besser für die göttliche Gnade einzubinden oder sich bei Gott quasi einzufinden, um seine Gnade zu geben oder frei mit der Gnade zusammenzuarbeiten. Die wenigeren und untergeordneten Vermittler, das wird auch im Kontext von 1. Timotheus 2,5 gezeigt. In den ersten beiden Versen befiehlt Paulus Gebete und Fürbitte für alle Menschen. Fürbitte oder Fürsprache ist quasi ebenfalls ein Synonym für ein vermitteltes Gebet. Hebräer 7,24 bis 25 bezieht sich auf Jesus, der als unser Einsvermittler zur Rechten des Vaters fungiert und bezieht sich auf ihn als Fürsprecher. Aber Christus hält sein Priestertum dauerhaft, weil er für immer ist. Folglich ist er für alle Zeit in der Lage, diejenigen zu retten, die sich Gott durch ihn nähern, da er immer lebt, um für sie Fürsprache zu machen. Christus ist also unser einziger Vermittler und Fürsprecher. Aber Paulus befiehlt allen Christen, solche Mediatoren, solche Fürsprecher zu sein. Dann muss in Vers 5 das erste Wort beachtet werden, denn es gibt einen Gott und einen Vermittler. Dann sagt er in Vers 7, dafür wurde ich zum Prediger und Apostel ernannt. Was ist denn ein Apostel, wenn nicht ein Vermittler? Wozu ist denn ein Apostel gesandt, wenn nicht zur Vermittlung der Botschaft? Wozu denn sonst? Die Definition des Apostels ist ein Delegierter, ein Bote, einer, der mit Befehlen ausgesandt wurde, mit dem Befehl, das Evangelium zu verkünden. Und der Heilige Geist wirkt ja auch durch die Apostel. Das sehen wir in der Apostelgeschichte durchweg, wenn Paulus und Petrus ihre ganzen Predigten, ihre großen Predigten dadurch untermauern, dass sie auch Wunder tun. Jesus Christus, und jetzt kommt ja der entscheidende Punkt, hat es ja gerade in Markus 9 dazu bevollmächtigt, dies zu tun. Warum? Dass der Heilige Geist durch sie wirke, dass der Herr Jesus Christus und dass somit auch Gott Vater durch sie wirke, durch die Apostel, um die Botschaft nachdrücklich zu bestätigen. Jetzt ist aber sehr interessant, was aus dem Aussendungsbefehl heraus hervorgeht. Es geschieht alles in Jesu Namen. Jetzt, wenn Katholiken zu Maria beten, in Anführungszeichen, oder wenn sie Heilige um Fürsprache bitten, dann bitten sie nicht darum, dass Heilige oder dass Maria sie erlösen, sondern dass sich Maria in ihrer Gnade dafür einsetzt, dass der Herr Jesus Christus dies tut. Und das alleine widerspricht nicht dem, dass Jesus Christus alleine es ist, der uns die Sünden vergeben kann. Wenn wir zum Beispiel zu Maria, wenn wir Maria darum bitten, dass unsere Sünden vergeben werden, dann bitten Katholiken, katholische Christen nicht darum, dass Maria die Sünden vergeben soll, sondern dann wird darum gebeten, dass Maria Fürbitte für uns einlegen soll, weil Maria durch die Gnade uns erscheinen kann und sich uns offenbaren kann und durch die Gnade Gottes sich für uns einsetzen kann. Aber, und das ist eben der springende Punkt, dass es letzten Endes geschieht, dass Maria sich offenbaren kann, das kann ja nur in einem von Gott festgelegten Heilsplan so geschehen, dass Maria tatsächlich für uns bittet und dass die Fürbitten erhört werden, das ist ja genau das, was die Vollmacht Jesu Christi als alleiniger Sündenvergeber und als alleiniger Erlöser ja gerade noch unterstreicht. Kurz gesagt, Paulus sagt, dass wir alle berufen sind, Vermittler zu sein, weil Christus der einzige Vermittler ist. Und aus diesem Grund wurde er berufen, ein Vermittler von Gottes Liebe und Gnade für die Welt zu sein. Ist das ein Widerspruch? Niemals! Die Tatsache, dass Jesus unser einziger Vermittler ist, hindert ihn nicht daran, diese Macht durch Beteiligung zu vermitteln. Die Bibel erklärt auch, aber ihr sollt nicht Rabbi genannt werden, denn ihr habt einen Lehrer, griechisch Didaskolos, und ihr seid alle Brüder. Dieser Text kann nicht klarer sein, aber Jakobus 3,1 und Epheser 4,11 sagen uns, dass wir viele Lehrer, Didaskoloi in der Kirche haben. Der Schlüssel ist zu verstehen, dass die vielen Lehrer und Mediatoren im Leib Christi Christus nicht als einen Lehrer und Vermittler usurpieren, weil sie in gewisser Weise Christus auf dieser Erde repräsentieren und dazu dienen, seine Ämter als Lehrer und Vermittler in ihm zu etablieren. Was man ja nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte, wir könnten das ja alles gar nicht. Wir könnten ja das Evangelium gar nicht verkünden, wenn nicht der Herr Jesus Christus wäre. Wenn wir das Evangelium verkünden und dadurch Menschen gerettet werden, dann nicht, weil wir diese Menschen retten, sondern weil wir diese Menschen in diesen Bund vermitteln. Der neue Bund an und für sich kann nicht durch uns geschlossen werden. Wir können diese Leute auch nicht dazu bringen, dass sie mit Jesus Christus sich versöhnen, aber wir können sie dazu bewegen, indem wir sie vom Evangelium verkünden. Das ist genau das, wofür die Apostel ja auch ausgesandt wurden. Das ist genau das, was hier quasi dieses Matthäus 28, 19 bis 20 sagt. Die Apostel wurden dazu ausgesandt, die Kirche wurde dazu ausgesandt und gegründet, dass der Herr Jesus Christus verkündet werde. Dass die Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, nichts anderes tun, als das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus weiterzutragen. Und zwar als Repräsentanten. Zunächst war es Jesus selbst, der quasi Gott ist, der ins Fleisch kommt und dann den neuen Bund mit uns schließt. Aber als Jesus dann in den Himmel auffährt, nachdem er auferstanden ist und den Tod besiegt hat, ist es nun an uns, den Menschen davon zu zeugen, davon Kunde zu geben. Das ist ganz einfach. Als Mitglieder des Leibes Christi, die mit einer bestimmten Aufgabe von Christus, ja, die mit einer bestimmten Aufgabe von Christus betraut sind, können Sie mit Paulus in Galater 2,20 sagen, es ist nicht, es bin nicht ich, sondern Christus, der in mir lehrt. Man denke daran, dass wir hier nicht über Notwendigkeit sprechen. Die Kirche behauptet nicht, dass Christus diese Arbeit nicht tun konnte. Also braucht er Hilfe. Natürlich nicht. Er könnte alles und das alles alleine tun, wenn er wollte. Er könnte jetzt hierher kommen, sich offenbaren und er könnte auch dieses ganze Video hier runterdrehen. Aber er entscheidet sich, dass sein Körper von uns benutzt wird, um sein Leben und seine Liebe der Welt zu vermitteln. Warum tut er das? Naja, das ist ziemlich einfach. Naja, weil wir als Menschen sind ja diejenigen, mit denen er einen Bund schließt. Er möchte eine lebendige Beziehung haben und eine solche lebendige Beziehung beruht auf gegenseitiger Liebe. Gott drückt seine Liebe dadurch aus, dass er sich offenbart und sich für uns aufopfert. Wir können unsere Liebe zeigen, indem wir immer und überall zu Jesus Christus stehen und Kunde von ihm geben. Da gibt es überhaupt keinen performativen Widerspruch. Das ergänzt sich sogar und wirkt wie ein verzahntes Radwerk. Es ist einfach etwas, das quasi miteinander zu tun hat. Vielleicht ist das wichtigste Bild für das Volk Gottes in der Schrift, um genau das zu verstehen, ob wir über die Vermittlung aller Gnade mit Bezug auf die Mutter Gottes oder die Vermittlung von Gnaben durch die Gebete und Leiden anderer Mitglieder der Kirche sprechen. Erste Korinther 12. Denn hier heißt es, dass Paulus die Kirche als den Leib Christi bezeugt. Das Alte Testament hat schon schöne Bilder für das Volk Gottes. Sie werden als Gottes Braut bezeichnet. Jeremia 3, 1 bis 14. Sie sind Kinder eines Gottes, der offenbart wird, ihr Vater zu sein. Vergleiche Malachi 1, 6 und mehr. Aber mit dem Aufkommen Christi werden diese Analogien auf eine ganz neue Ebene gebracht. Und das ist für die Denkweise des Alten Testaments insofern undenkbar, als sie natürlich in Christus seine Vollendung finden. Und es wurde auch offenbart, dass Gott wie ein Vater im Alten Testament ist. Im Neuen wird er offenbart, dass er Vater in den ewigen Beziehungen der Gottheit ist. Durch unsere mystische Vereinigung mit Christus und durch die Taufe werden wir Söhne und Töchter Gottes, wobei wir Gott wirklich aber nennen können, Vater. Galater 4, 4 bis 7. Wir werden Brüder und Schwestern Christi und wahre Söhne Mariens. Vergleiche Römer 8, 14 bis 17. Johannes 19, 27 und Offenbarung 12, 17. Das Konzept der Braut erreicht neue Höhen, wenn wir von der Kirche als Braut Christi sprechen. Vergleiche Epheser 5, 24 bis 23. Und übrigens das mit Maria. In Johannes 19, 27 wird Maria in die Obhut des Apostels Johannes gegeben und somit wird sie zur Mutter aller Gläubigen. Hatten wir ja auch schon mal gehabt. Aber noch radikaler wird es in Römer 12, 5. Wir, obwohl viele, sind ein Leib in Christus und einzeln Mitglieder voneinander. Wobei wir durch die Gnade und das innere Leben Gottes als Mitglieder des Leibes Christi quasi empfangen sind und enthalten sind. Vergleiche Epheser 2, 5 bis 6. Und aufgrund dieser Tatsache wurden wir zu Teilnehmern der göttlichen Natur gemacht. So lesen wir in 2. Petrus 1, 4. Es ist dieses Bild des Leibes Christi, das uns hilft zu verstehen, wie ein Mitglied des Körpers, einem anderen bei der Kommunikation des göttlichen Lebens miteinander helfen kann, ohne die Rolle des Kopfes des Ganzen, unseres himmlischen Bosses, sozusagen des Herrn Jesus Christus zu schmälern. Wenn ich zum Beispiel einen Stift auf meinem Schreibtisch nehme, würden wir dann sagen, dass der Kopf oder ich nichts damit zu tun hätte? Nein! Dann hätten wir das Ganze getan, obwohl wir die Hand als Instrument dazu nehmen. So ist es mit Christus und seinem Leib. Epheser 1, 22 bis 23 geht so weit zu sagen, dass die Kirche lautet die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. So ist die Kirche Christus in dieser Welt. Dies nimmt nicht von der einzigartigen Vermittlung Christi ab, es begründet diese einzigartige Vermittlung. Verschiedene Mitglieder der Kirche vermitteln verschiedene Gnaden in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Gaben, während der ganze Körper funktioniert, um Christus in die Welt zu bringen und im Grunde alles in Christus passiert. Wie Paulus eben sagt. Nicht er ist es, der lehrt, sondern Christus in ihm. Römer 12, 4 bis 6 sagt, denn wie in einem Körper haben wir viele Mitglieder und alle Mitglieder haben nicht die gleiche Funktion, so dass wir, obwohl viele ein Körper in Christus sind und einzeln Mitglieder voneinander sind, Geschenke zu haben, die sich je nach der Gnade unterscheiden, die uns gegeben wird. Und diese radikale Vereinigung mit Christus und mit den anderen Mitgliedern des Leibes, Christi hört auch mit dem Tod nicht auf. Römer 8, 35 bis 38 sagt uns, weder Tod noch Leben werden in der Lage sein, uns von der Liebe Christi zu trennen. So können die Lebenden auf der Erde immer noch von den anderen Mitgliedern des Leibes Christi im Himmel profitieren. Sie sind immer noch verbunden, denn der Tod trennt diese Verbindung nicht. Ist Christus unser einer wahrer Vermittler? Ja, natürlich. Vollständig zuzustimmen. Und es ist derselbe Christus, der sich entschieden hat, sein Leib zu benutzen und Gottes Gnade für die Welt in und durch ihn zu vermitteln. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch, das ergänzt sich sogar insgesamt sehr, sehr gut. Und deswegen kann Christus natürlich der Vermittler sein, obwohl natürlich der Leib Jesu Christi dessen ist, der quasi letzten Endes das ist der Leib Christi. wir alle sind Teile dieses Leibes Christi. Schließend möchte ich noch einmal mit einem Rück anknüpfen und zwar dem Auftrag an die Apostel. Lukas 9,1 bis 13,34 Matthäus 10,1 und 5 bis 15 sowie Markus 6,7 bis 13. Hier werden die Apostel ausgesandt im Namen Jesu Christi zu wirken und Wunder zu tun. Wie gesagt, wenn der Apostel Paulus Wunder tut, wenn der Apostel Petrus Tote auferweckt und andere Wunder tut. Was passiert dann? Da kommen die Heiden und knien vor ihnen nieder, verehren sie als die herabgestiegenen Gottheiten. Was tun die beiden? Sie sagen, steht wieder auf, denn wir sind Gesandte, wir sind Boten. Natürlich ist die Post als Institution daran beteiligt, wenn ein Paket geliefert wird, dieses Paket wird durch ein Instrument, nämlich durch einen Mitarbeiter der Postfilialen, einzelner Postfilialen ausgesandt. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass Jesus Christus der ist, auf dessen Grundlage alles passiert. Gott durch ihn passiert alles. Das heißt, wenn Paulus Wunder tut, wenn Maria für uns bittet, dann tun sie das nicht, weil sie die Macht dazu haben, sondern weil Gott ihnen die Macht dazu verleiht. Letzten Endes kann das nicht passieren ohne Gott. Wenn jetzt Paulus Wunder tun wollte ohne Gott, hätte das nicht funktioniert, weil Paulus schreibt ja selbst, dass Christus in ihm lebt und er ja nicht selbst lebt. Und er schreibt auch, dass diese Verbindung nach dem Tod nicht abreißt. Das heißt, dass wir alle Mitglieder des Leibes Christi sind, sofern wir auf den Namen Jesu Christi getauft sind und ihn im Herzen haben und an ihn glauben mit ganzem Herzen und ganzer Seele an seine reine Lehre, an die katholische Lehre. So, um das zu verstehen, ist der zentrale Schlüssel zu dieser Stelle. Das heißt, 1. Timotheus 2,5 hat natürlich vollkommen recht, nur Christus allein ist der Mittler des Bundes. Aber dadurch, dass wie die Gottesmutter und andere Heiligen auch, diese durch die Aufnahme in die Gemeinschaft Christi ein Leib und ein Blut mit uns sind und vor allem mit Jesus Christus sind, sie sind Teile des Leibes, sie sind Glieder des Leibes Christi, herrscht hier eine untrennbare Verbindung. Und wenn ein Apostel das Evangelium verkündet, dann verkündet Christus es durch diesen Apostel als Instrument. Und ich denke, das ist der Schlüssel, warum wir sagen können, Maria kann bei ihren Erscheinungen Wunder tun und Gebete aufnehmen, ohne dass dadurch das geschmälert wird, was von Gott selbst, was vom Herrn Jesus Christus gesagt wird. Das schmälert es nicht, das ergänzt sich. Man muss nur die Schrift und das, was darin geschrieben steht, verstehen. Und dann haben wir auch den Schlüssel, warum ein Katholik zu Maria beten kann und sie um Hilfe anrufen kann. Denn wenn von Maria Hilfe kommt, dann kommt das nur deshalb, weil Maria ein Glied des Leibes Christi ist und der Leib Jesu Christi in ihr und durch sie als Instrument aktiv wird. Somit widerspricht natürlich die Interzession der Heiligen keineswegs, sondern ergänzt sich mit 1. Timotheus 2, 5.